willkommen bei h1 z1 king of the kill so wir sind jetzt in der lobby ein paar leute ab schön mal ein bisschen hier schön h1 z1 kill machen so hier war du mal nach hause ja 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 hier du ja 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 was ist das denn Ich weiß nicht, dass die Russen da sind. Russland. Ja. Russland. Ich glaube, dass die Russen da sind. Das kann nicht sein. Ja, 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 ja. Wie läuft das? Hier. Haben wir die Fresse da. Was ist das? Ja, was ist das? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Guck. Ja, ja, ja. So. Jetzt fangen wir mal richtig an. Ich hoffe, ich schaffe das, weil ich habe jetzt ein paar Folgen. Ich war gleich nach einer, zwei Minuten abgeknallt. Ich konnte keine Waffe finden. Da waren gleich schon Leute schneller. Ich weiß nicht, ob sie gecheatet ist, weil ich verstehe da nicht. So, da sind wir wieder. Da muss ich irgendeinen Wagen finden. Ich weiß nicht, wo. Sind wir hier schon Häuser? Ich sehe gar nichts hier. Wo sind wir denn? Ich sehe gar nichts hier. Da ist nur ein Busch da, irgendwie. Und... Ne, da ist auch nichts da. Schade, ist ja nichts. So. Wir gucken mal. Wir laufen mal ganz schnell ein bisschen rum. Wir sind bei E7. E7 ist hier. Ja, da sage ich nicht genau hier. Irgendwie was. Ist auch nichts hier. Muss man zum Westen da irgendwie hin. Westen, Westen. Wir laufen da aber kurz hin da. Oder... Ob die der Wagen finden oder so. Gucken. Weil... Das ist da hinten nach rechts da. Ne, ist auch nichts. Weil ich war ein bisschen Munition haben. Da muss man nicht in der Stadt kommen, weil... Da ist eine Kirche, da... Können wir da hin? Wir können mal da schön mal gucken, da. Wie da irgendwie Waffen finden. Ich hoffe, keine Waffen in der Kirche. Mal gucken. Ja, komm, wir gehen da ganz schnell hin. Und schon an die andere Seite da. So. Zedienen mehr. Zedieren noch Häuser. Noch mehr Häuser. Aber da wird sich schon geschossen. Da ist das Scheiße. Das ist nicht so weit weg. So, schnell. Da müssen wir schnell hin. Vielleicht finden wir Sachen da. Vielleicht in die Hefkisten oder so. Für den H1 Z1 Stein. Ich sehe keine Leute da, ne? Ne, ihr seht nichts da. Lassen wir mal gucken. Ich bin ja richtig gespannt. Ich wäre nie da in der Kirche gewesen. Ja, normalerweise aber nicht hier im Spiel. Ah, komm. Wir sind hier nicht am schwimmselig an Pudelnmeer. Dann soll man ein bisschen weiter und schneller laufen. So. Ich denke, 99 Leute sind auch da. Oh, der wird richtig geknallt. Das ist bestimmt da oder so. Ja, komm. Ah, ich komm da gar nicht hoch. Was ist das denn hier? Ich komm gar nicht hoch hier. Na, jetzt. Jetzt muss man aufpassen. Sonst werden wir nicht wieder abgeschossen werden, ja? Wir gucken mal da. Wir gehen mal frontal rein, weil wir mussten irgendwie Waffen haben. Mal gucken. Alter, Waffen in der Kirche. Hammer, oder? Ich mach da mal schönes Bild von. Alter. Waffen in der Kirche. Das ist Hammer. Ja. Haben wir hier was? Ja. Ist das denn? Das auch was? Das auch mal was? Hier, da haben wir auch mal Waffen. Das ist heftig, oder? Munition. Alter. Guck mal. 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 Das ist komisch, ey. Einen Helm? Nee, den kann ich ja leider nicht mitnehmen. Wir haben keinen Platz… Oh! Scheiße, abgeschossen in der Kirche. Das kann doch nicht sein, oder? Ah, schade, wir haben es nicht geschafft. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.